herzlich willkommen bei vorsprung elektro heute mit dem cupra tavaskan der 2019 schon auf der in frankfurt vorgestellt wurde das fahrzeug wird von vorder und hinterachse angetrieben soll 306 ps haben und mit einem 77 kilowattstunden akku eine reichweite von 450 kilometern ermöglichen also viel spaß mit den bildern und kommentare bitte nicht vergessen so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020